Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, das Kleid wurde in einem geposterten DIN A5 Umschlag versandt. Dementsprechend war es zerdrückt. Erstaunlicherweise ging mit etwas Schütteln der Tüllrock recht schnell auf. Allerdings waren die Blütenglitter, die lose in den Rock eingestrollt sind, sehr zerknickt. Wir haben uns deswegen entschlossen, den Tüll hinten etwas aufzutrennen und die Blütenglitter herauszunehmen. Das Kleid wurde u.e. dadurch sogar noch etwas hübscher. Was wirklich positiv ist, das Kleid lässt sich leicht waschen und verliert seine Form dadurch nicht. Auch dass die Schleifer hinten nur mit Klettverschluss befestigt ist, fanden wir für ein Kinderkleidchen prima. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.